Der Radke Junior, da haben wir ihn. Hallo. Mit dem Karlsberg, gesponsert vom Daddy. Sponsert bei Karlsberg. Ja, wir haben heute 4-3 gewonnen, wollte ich mir noch sagen. Wir sitzen Kim Darnschrank. Dino, guck doch mal der Junior an, wie der zusammengerichtet ist. Hallo, hey, stopp. Der sieht halt auch nicht besser aus am Umzug. So, du darfst Leute grüßen, wen du willst. Als erstes würde ich gerne mal den Gäse Bart grüßen. Dann würde ich meinen Vater gerne grüßen und den Rest von der SVH-Familie. Dieter und du bist nächstes Jahr auch bei uns dabei. So ist es, nächstes Jahr geht er bei mir in die Gruppe mit, verspreche ich euch. Hopp, danke dir, viel Spaß noch. Ciao.